Jo ja meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Weile Let's Play von Omnesee 2, den Omnibusator. Heute sind wir wieder unterwegs in Bremen-Nord mit dem Irwin-Citaro. Ja genau, damit sind wir unterwegs und wie ich sagen, fahren wir schon direkt los mal hier. Vielen Dank. So, schauen wir mal. So, Opfort. Wir fahren die Version Bremen-Schönebeckerstraße 2018, da haben wir auch dann diese Ansagen drin, also nicht mehr diese Frauenstimme, sondern das dann halt, oh, ist ja rot. Ja, man hat auch schlechte Bremsen, das Fahrzeug, ey. Ja. 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 Schuss, schuss. Ah, ja, rechts haben wir Netto. Sehr schön. Bahnhof Fegesack, Übergang zur Regio S-Bahn. Alles klar, wird denke ich mal so eine Stunde gehen, etwas über eine Stunde, der Stream, wenn das gut läuft. Und, ja, könnt ihr ja gerne dann mit reinschauen. So, was fahren wir denn überhaupt eigentlich? Die 95 fahren wir. Oh, okay. Junge, das ist auch eine Graubel, das Ding. Äh, was ist denn eine Zumotung, sowas? Äh, bremsen ist, ist eine Katastrophe. Ich fahr jetzt mal ja einfach drüber. Und ich gebe übrigens gerade Vollgas. Aber viel passieren tut er nicht. So, da sind wir auch hier am Bahnhof. Umsteigepunkt. Gerhard Rohlstraße. Oh, was haben wir jetzt so weit gedrückt hier? Ah, ja. Wollen wir. Nee. Jetzt passt es. Oh, was haben wir jetzt? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.